Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück bei den Level Challenges. What's your X-Factor werden wir gefragt. Wir haben eine einstellende Herausforderung und sollen 14 Punkte erzielen. So, da sehen wir Deck Prescott, unseren Quarterback. Und es geht gegen die Baltimore Ravens, gegen Lamar Jackson. Er steht unentschieden, 21 zu 21 im dritten Quarter. Wir haben den Ball am ersten und zehn an der eigenen 20-Jag-Linie. Fünf Minuten sind im dritten Quarter zu spielen. Erster Versuch und zehn Cowboys starten mit den Track Verticals. Heißt, wir achten auf Jarwin, den Tight End. Gallup ist unsere Absicherung. Oh, da ist der Tight End komplett frei. Und Jarwin ist auch nicht der allerlangsamste. Das gibt's nicht. Im ersten Player ein Touchdown. Was für ein Riesenspielzug unseres Tight Ends. Da sind ja alle in Dallas, in Big D gespannt darauf, wie der in die Fußstapfen von Jason Witten treten kann. 28 zu 21. Sieben Punkte haben wir damit schon mal erzielt von dem benötigten 14. Da sehen wir Coach Harbour von den Ravens. Und der sieht den Kick auf der Cowboys. Da haben wir uns nicht mehr drum bekleckert. Sörlein bringt den Ball an die 9-Jag-Linie. Der Return von Baltimore. Der ist gestoppt an der 29-Jag-Linie. Erster Versuch und 10. Und wir sehen gleich den MVP der vergangenen Saison. Lamar Jackson auf das Feld kommen. So, wir verteidigen. Wir schauen mal, was wir haben in einer Cover 2. Zeigen eine Cover 4. Und das sieht mir nach einem Run aus. Cowboys blitzen und das war eine gute Entscheidung. Averson Griffin. Der End auf der anderen Seite von die Marcus Lawrence macht hier den Tackle. 2-Jags Raum gewinnt. Cover 2. Und wieder gehen wir in einen Blitz hinein. Denn das sieht schon wieder nach einem Run aus. Und Lamar Jackson ist auch noch gleich hinter dem Center. Aber guter Run hier. Gute Bollocks. Ingram kommt an die 37-Jag-Linie. Wir haben die Ravens bei einem Dritten unter 2. Das wäre natürlich perfekt, hier ein ganz schnelles 3-and-out hinzulegen. Aber nicht mit Ingram. First Down an der 46-Jag-Linie. Die Ravens konservativ, aber erfolgreich. Erster und Zehn an der 46-Jag-Linie. Druck auf Lamar Jackson. Der bleibt cool. Das ist ein Fumble. Und die Cowboys haben den Ball. Da dachte... Na doch nicht. Der Ball ging es aus. Der bleibt bald Baltimore. Oh nein. Semi-Sideline ist hier auf den Seiten der Ravens. Erster und Zehn. Vollständiger Pass an die 36-Jag-Linie. 2003. Da war der Drive der Ravens doch eigentlich schon beendet. Wir sind an der 36-Jag-Linie der Cowboys. Jackson schaut. Oh, der war schwach geworfen. Jetzt ist es wieder ein dritter Versuch. Ein kurzer dritter und drei. Wieder Ingram. Nein, diesmal Lamar Jackson. Boah, und da kommt er nicht nach vorne. Die Cowboys... D-Line hält. Vierter und zwei von der 35. Keine Field-Goal-Unit. Von der 35. Da kannst du aber auch mal gerne faken. Eieiei, riecht vor Schreck ein Hustenanfall. Erster und Zehn an der 14-Jag-Linie. So, wir erinnern uns. 14 Punkte, dann haben wir die Challenge geschafft. Jarwin und Cooper attackieren von der rechten Seite. Wir achten auf Johnson. Prescott läuft selbst, nimmt den Kopf runter. First down an der 24-Jag-Linie. So, ein Slant-Spielzug. Cooper und Gallup von der linken. Johnson kommt von der rechten Seite. Interception. Ganz schlechter Wurf von Prescott. Erster und Zehn an der 24-Jag-Linie für die Ravens. Also wir müssen ja hier in dieser Challenge nur 14 Punkte erzielen. Aber das war einfach nur ganz, ganz schwach gespielt. Run an die 21-Jag-Linie. Zweiter Versuch und sechs. Wir nähern uns langsam dem Ende des dritten Quarters. Schöner Tackle hier von die Marco Sloans. Der kann Ingram noch erwischen, bevor er über die First-Down-Markierung kommt. Aber ein dritter und zwei. Und, boah, die Ravens konservativ bis zum geht nicht mehr. Aber erfolgreich wieder ein Run. Wir sind im Schlussviertel. So, wir wechseln jetzt mal in eine Coverfall. Und hoffen, dass Ingram hier nicht weiter den Ball bekommt. Und das ist ein Sack. Die Marco Sloans war gut geblockt. Everson Griffin kommt durch. Macht den Sack. Zweiter Versuch und 14. Der Ball jetzt an der 15-Jag-Linie. Da ging es also mal komplett nach hinten. Für die Ravens. Man in Motion. Und wieder ist die Marco Sloans da. Macht den Tackle. Diesmal gegen Sneed. Und wir haben die Ravens bei einem dritten Versuch. Und zwölf. Der Ball an der 13. Mit der Coverfall kommen die Ravens gerade überhaupt nicht klar. Und da kommt dummerweise Lamar Jackson. Und damit kommt unsere Defense nicht klar. Ah, der ist zu mobil. Dritter und zwölf. Touchdown für die Ravens. Der PET ist auch erfolgreich. Wir haben einen Unentschieden. 28, 28. Tja, wir müssen hier noch sieben Punkte erzielen. Liebe Freunde. Kickoff der Ravens. An der 5 nehmen die Cowboys den Ball auf. Und das ist Amai Cooper. Der tankt sich hier immerhin an die 42-Jag-Linie. Gute Arbeit unseres Special Teams. Ein 36-Jag-Return. Erster und zehn an der 42-Jag-Linie der Ravens. Cooper im Slot. Johnson von der rechten Seite. Cooper mit dem Catch. Wir sind kurz vor der Mittellinie an der 48-Jag-Linie. Heißt es jetzt. Zweiter Versuch und drei. So, die Cowboys laufen. Elliott über die rechte Seite. Und da hat er schöne Blocks bekommen. Immer noch unterwegs unser Running Back. Kommt an die 33-Jag-Linie. Erster und zehn für die Cowboys. Angle Smash. Elliott attackiert die Mitte. Wenn Elliott gecovert ist, werden wir auf Jarwin gehen. Aber Elliott ist nicht gecovert. Macht den Catch. Der Ball an der 26-Jag-Linie von Baltimore. Die besprechen schon mal ihre nächste Anriff-Sequenz. Aber wenn wir hier einen Touchdown erzielen, wird es die nicht mehr geben. Denn dann haben wir die Punkte erzielt, die wir benötigen. Elliott mit dem Run über die linke Seite. Und wieder großartige Blocks. Es reicht für das First Down. Der Ball ist an der 21. Und jetzt sind wir schon beim Two-Minute-Warning. Dass das hier so lange dauern würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber die Ravens verlangen uns hier echt alles ab. Erster und zehn für die Cowboys. Laufspiel. Sieg Elliott. Und er sucht eine Lücke und findet eine First Down an der 9-Jag-Linie. So, First End-Goal. Jetzt muss das Ding in Anführungszeichen nur noch in die Endzone. Vor Verticals. Jarwin attackiert die Mitte. Wir schauen mal, ob der Middle-Linebacker da mitgeht. Und das tut er leider Gottes. Elliott bewegt sich auch nicht wirklich nach vorne. Prescott bringt den Ball an die 4-Jag-Linie. Man kann in diesem Jahr wieder mit den Quarterbanks laufen. Und muss nicht jedes Mal abknien. Denn das war im letzten Jahr ein echtes Problem. Wieder die Vorverticals. Wieder geht der Blick zu Jarwin. Dem Tight End. Und der ist schon wieder gut gecovert. Elliott bekommt den Ball. Und ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. So, jetzt haben wir 13 Punkte erzielt. Wir brauchen nur noch ein Pünktchen, um diese Challenge hier zu gewinnen. Ein ganz, ganz wichtiger PET also. Da ist der Kick. Und mit echten Mühen schlagen wir die Ravens. 35 zu 28. Beziehungsweise haben jetzt die Challenge gewonnen. Denn wir haben 14 Punkte erzielt. Da ist der eine Stern, der kleine Racker. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.